Ich werde dann, keine Ahnung, wie auch immer ich das mache, werde ich ansagen, welche Mannschaften dann hier spielen und welche Mannschaften da spielen. Zehn Minuten, dann wird sofort gewechselt. Die nächsten Mannschaften finden sich dann ein. Ja, das geht dann so weiter bis zur Ferdination. Wir sind sie, Partei! Wir sind sie, Partei! Waaah! Wir sind hier. Wir sind alle hier. Ach, ey! Ach, ey! Partei gut, Partei gut! Alter! Wie hat es euch gefallen, das schöne Turnier? Ich fand es eigentlich ganz super, es hat echt Spaß gemacht. Unser Motto war Zerstörung. Und habt ihr ein bisschen was zerstört? Wir haben alles zerstört, hängen am Raten. Ah ne mein Lieber, warum bist du nicht so geschwitzt? Was haben wir denn schönes gemacht? Voll die heiße Sonne heute. Benni, du mit deinem Team, was habt ihr so geschafft? Viel, punktemäßig wenig, aber Motivation war dabei. Wir haben richtig gut Motivation gehabt. Wir haben das Team zusammengehalten. Wir haben beim Volleyball stetig eine Verbesserung gehabt. Das ist gut so. Ja, das war richtig gut. Hier nochmal großes Lob. Ataddeus, hinter der Kamera. Oh, ist das krass, Alter. Come on, man. Leute, wir haben hier nicht nur Sport gemacht, sondern... Da sieht man auch wieder, Sport ist Mord. Ganz ehrlich. Ja, 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 ja. Egal, wie heftig der Sturm ist. Egal, wie viel Angst du hast und wie viel Ausweglosigkeit. Gott ist da mit dieser riesigen Liebe. Das heißt in Johannes, so sehr hat Gott die Welt blieb, dass er einen eingeborenen Sohn gegeben hat. Das ist... Das kann man sich nicht vorstellen, was das für eine Liebe ist. Da war ewige, ewige Zusammengehörigkeit zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Es hat immer zusammengehört. Oh Gott, der Vater gibt seinen Sohn ans Kreuz. Ich würde eine Menge tun, aber nicht meinen Sohn opfern. Und er hat es gemacht. Jo, 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 jo.